Was finde ich gut an Augsburg? Also ganz generell finde ich gut, dass Augsburg sich auf den Weg gemacht hat, eine familienfreundliche Stadt zu werden. Wir sind eine Stadt der kurzen Wege mit einer extrem hohen Lebensqualität. Das müssen wir mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, ausbauen. Die Grundlage dafür ist, dass die Menschen das Gefühl haben, sie leben in einer sicheren und sauberen Stadt. Dazu möchte ich als Ordnungsreferent meinen Beitrag leisten, auch mit viel inhaltlichen Angeboten. Und darüber hinaus möchte ich eine Stadt schaffen, die eine moderne Sport- und Freizeitinfrastruktur aufweisen kann. Hier haben wir großen Nachholbedarf und das Ziel ist es, in den nächsten Jahren hier deutlich mehr Gas zu geben.